Wenn der König der Drachen ein Feuerschwein hat, bin ich der größte König aller Zeiten. Jetzt werdet ihr staunen. Mein Drache. Oh, der ist unglaublich. Er sieht klasse aus. Und er brennt. Was? Und der kommt auf uns zu. Oh nein, der Bahnhof. Der Drache rollt direkt darauf zu. Ich glaube, ich rufe lieber mal Feuerwehrmann Sam. Ein feuerspeiender Drache hat Bessies Schuppen in Brand gesetzt. Das hatten wir noch nie. Ein feuerspeiender Drache hat Bessies Schuppen in Brand gesetzt. Meine Bessie steht doch da drinnen. Bessie, Bessie, Bessie. Ich hab nie. Die Bessie steht doch dahin. Erprende in Brand gesetzt Mein Zettlager, Bessie, Bessie in Brand, Bessie, Bessie, Wow! Und identity. umiBus Nickel. Ja! Feuerwehrmann Sam, Luftvorrat 100 Prozent. Ist sie. Alle Feuer gelöscht und Bessie ist unversehrt, Sir. Oh, Dankeschön, Sam. Tja, Ellie, ich bin heute leider nicht in den Rauchraum gekommen, aber ich habe immerhin einen feuerspeienden Dracht gelöscht. Und wie du das hast, Elvis. Oh nein, ich denke gleich wird Norman Price eine gewaltige Standpauke bekommen. Von unserem Sam? Nein, das wäre gar nichts. Norman Price, ich kann nicht glauben, dass du um ein Haarhauptfeuerwehrmannstil, Sam, Nelly, äh... Ähm, ich denke, sie meinen Bessie. Hauptfeuerwehrmannstil, Bessie, verbrennst! Es tut mir leid, Mom. Das ist doch alles gar keine Absicht gewesen. Es war ein Unfall, das weiß ich. Aber du hast mit Streichhölzern gespielt und das solltest du absolut niemals tun. Ich weiß, Feuerwehrmannstil, Sam. Und das tue ich auch garantiert nie wieder. Äh, 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 äh... Im Kabeljau-Café haben zwei Backöfen Feuer gefangen. Im Kabeljau-Café haben zwei Backöfen Feuer gefangen. Penny, du und Arnold, ihr nehmt Venus. Und wir nehmen Jupiter. Verstanden, Sam. Verstanden, Sam. Luftvorrat, 100%. Arnold, du schaltest zuerst den Strom ab. Penny, du löscht das Feuer im Obergeschoss. Verstanden, Sam. Strom ist aus, Sam. Sam, Sam, sieh dir das an. Endlich bin ich auch aus meinem Tierrettungsanzug rausgekommen. Ich mach mit. Wo ist das Feuer? Tut mir leid, Elvis. Alles schon erledigt. Das Feuer ist gelöscht. Halt. Nicht ganz, fürchte ich. Was ist, Hannah? Ich hab endlos viele Pizzen in unseren Ofen getan und dann auf super heiß gestellt. Oh nein, der brennt vielleicht auch schon. Bin schon unterwegs. Luftvorrat, 100%. Strom ist aus. Ich muss mich entschuldigen. Ich hab euch beide viel zu viele Pizzen in die Backöfen quetschen lassen. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Ein bisschen? Ich weiß, du wolltest ja nur deinem Großvater helfen, James. Aber du hättest warten sollen, bis deine Mom oder dein Dad den Ofen anmachen. Tut mir leid, Sam. Wir hätten wirklich besser aufpassen sollen. Und jetzt hat Opa gar keine Pizzen für seine Eisenbahngala. Ich denke, ich hab da eine Idee, wie wir doch noch was zu essen bekommen. Hallo, Pontypandy. Darf ich euch vorstellen, das ist das neue, außergewöhnliche Mitglied meiner Band. Der Zupfmeister 2000. Das braucht nicht viel zum Gitarrenspiel. Bababada babababa. Dad, dein neues Bandmitglied ist nicht so ganz wie Elvis, nicht wahr? Das kommt noch. Dreh die Maschine richtig auf, Joe. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das wäre bei Elvis ganz bestimmt nicht passiert. Dad, hau da schnell ab. Jemand sollte schnell Feuerwehrmann Sam rufe. Mike Floods Gitarrenmaschine ist außer Kontrolle geraten und hat die Bühne in Brand gesetzt. Mike Floods Gitarrenmaschine ist außer Kontrolle geraten und hat die Bühne in Brand gesetzt. Elvis, du und Elli, ihr Fahrt in Jupiter, Penny, du und Arnold in Venus und ich nehme Merkur. Elli, Arnold, ihr bringt die Leute in Sicherheit. Elvis, du musst den Strom ausschalten. Penny, du hilfst mir beim Löschen des Feuers. Verstattet, Sam. Strom ist aus, Sam. Ich schätze, der Zupfmeister 2000 wird es nicht bis zu seinem Solo schaffen. Geht bitte alle zurück. Ja, ihr solltet alle wenigstens fünfeinhalb Meter weiter zurückgehen. Für absolute Sicherheit. Gelöscht, Sam. Ja! Gute Arbeit, ihr zwei. Es tut mir sehr leid, dass meine Gitarrenmaschine das verursacht hat, Sam. Es wurde ja zum Glück niemand dadurch verletzt. Und? Habt ihr euch jetzt nicht noch irgendetwas zu sagen? Wir sollten mit der Band weitermachen, finde ich. Ja! Das Songlieren war klasse, aber ich vermisse dein Dabba Dabba Buff Buff. Und ich vermisse dein Plang Plang Plangidi Plang. Einen Moment, ja? Das war nie Plang Plang Plangidi Plang. Und bei mir war es nie Dabba Dabba Buff Buff. Die ganze Zeit spiele ich nur Plang Plang Plangidi Ching. Nein, ich habe nie ein Ching gehört. Und dann noch dein Blam Blam Blibbidi Blam. Ich spiele doch Blam Blam Blibbidi Blam. Und wer hätte jetzt Lust, eines von meinen Spielen zu spielen? Ja! Irgendwas außer Klopapier-Mumie. Aber... Und ich weiß eins. Wer hat Angst vor der schwarzen Gruselkatz? Es riecht verbrannt. Findet ihr nicht auch? Mein Haus! Meine Fledermaus! Wie wunderschön friedlich es hier draußen ist. Im Café brennt es! Halt! Wir rufen Feuerwehrmann Sam! Ich scanne die Situation. Die Küche ist sicher. Hauptfeuerwehrmann Stiel hat wohl endlich aufgegeben, unsere Zuckeräpfel zu stehlen. Naja, er steht da hinten, Elvis. Oh. Äh... Oh! Oh! Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café. Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café. Das Feuer wird immer größer. Hört gut zu, legt euch alle auf den Boden und zwar möglichst flach. Na komm, wir tun, was Penny sagt. Die Tür ist blockiert, die Kinder sind da drin gefangen. Elvis, hol du den Schlauch, ich hole unser Brecheisen. Feuerwehrmann Sam, Luftvorrat 100%. Bereits, bereit Sam. Luftvorrat 100%. Weit, wo ihr seid, Kinder. Und jetzt einer nach dem anderen. Nehmt meine Hand und bleibt unten. So ist gut, Mandy. Komm zu mir. Wo sind Sarah und James? Ja. Alle Kinder sind in Sicherheit, Sir. Aber es sollten alle Abstand halten, bis wir das Feuer unter Kontrolle haben. Gehten alle zurück. Vorsicht, Sir. Die Tunnel können überflutet werden. Das ist sehr gefährlich. Hilfe! Alles wird gut, Mandy. Ich komme runter. Das wird schon, Mandy. Hier, trink etwas. Danke, Penny. Das ist rutschig da oben. Aber ich bin nicht verletzt. Hier geht es ganz schön runter. Was meinst du, Penny? Ich kann sie nicht rauftragen. Hier ist kein Platz für uns beide. Ich muss mir was anderes überlegen. Ein Flammschalter. Ich höre da doch was. Zwei Experten sind wirklich besser als euch. Was tut sich da unten denn? Ich höre, wie Gareth und Hauptfeuerwehrmann Steele sich unterhalten. Oh, bestimmt wachsen hier jetzt die Schlabberflügel. Und sie hängt irgendwo kopfüber. Die arme Flatter, Mandy. Moos, hast du einen Plan von den Gängen hier? Ja, hier ist er. Das sind die Höhlengänge. Sie erstrecken sich im Berg dahin. Und die alten Minenschächte führen so in den Berg hinein. Sie liegen sehr dicht beieinander. Genau da, wo Mandy gestürzt ist. Nun kann sie wieder rollen, dank der zwei Experten. Und sie braucht auch zwei Fahrer. Wer kommt mit mir? Also für Rettungseinsätze bist du der Experte. Penny, hörst du mich? Penny! Sam! Wir sind hier! Sam! Sam! Da! Da! Gut aufpassen, Penny! Stell dich hinter mich, Mandy! Der ganze Berg zittert ja! Keine Angst, Mandy, das ist Sam! Na? Hallo, hier! Oh nein, wir treiben weg! Die Strömung! Los, pack das Seil! Danke, Feuerwehrmann Sam! Danke schön! Ihr zwei solltet vorsichtiger sein. Entschuldige, Sam! Onkel Sam, sieh doch mal da! Oh nein, wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Wo sind denn die Patschen? Die was? Die Feuerpatschen. Ach, also, das kann ich dir sagen. Die hatten wir als Paddel benutzt. Das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, trieben sie im Wasser. Das ist alles Normans Schuld. Es ist völlig egal, wessen Schuld das war. Wenn wir nicht sehr bald dieses Feuer löschen, dann wird es sich ausbreiten. Und zwar schnell. Es ist nichts gebrochen. Nur eine starke Prellung. Das ist ja noch mal gut gegangen. Was um alles in der Welt ist denn hier los? Tja, wir haben trainiert. Ach, ich hoffe, dass sich vorher auch alle aufgewärmt haben. Nun, ich, äh... Mit langsamen Steigerungen? Äh... Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Es gibt einen Flächenbrand am Fluss. Eine Sekunde. Was denkt ihr euch eigentlich, wo ihr hin wollt? Unter keinen Umständen sind diese Leute einsatzfähig. Ja, und dieser Brand in den Wäldern? Ich fürchte, Sir, die können nur wir noch löschen. Was? Oh, 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 ja wir. Ich, ich hole nur noch schnell meinen Helm. Geht möglichst weit zurück. Die Feuerwehr wird bald kommen. Hierher! Ähm... Wo sind denn die anderen, Sir? Das erkläre ich später, Sam. Aber jetzt sind wir hier und einsatzbereit. Alles klar. Bringen wir erstmal das Feuer unter Kontrolle. Sie nehmen die Schläuche... ...und ich die Feuerpatsche. Hier! Das konnte nur passieren, weil ihr zwei unvorsichtigerweise die Feuerpatschen verloren habt. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Bei dieser Hitze ist es entscheidend, dass man ein kleines Feuer schnell löscht, bevor es sich weiter ausbreitet. Und ich hätte sie nie allein lassen sollen mit dem Gaskocher. Sehr richtig, Trevor. Ah, herrlich. Endlich aus dem Büro rauskommen und mal wieder schön mitlöschen. Finden Sie nicht auch, Sir? Äh... Abs... Ja, absolute. Völlig richtig. Alles in Ordnung, Sir. Sie scheinen ganz außer Atem, alter Freund. Ah... So wird ein guter Elfmeter ausgeführt. Oh! Äh... Oh nein, oh nein, oh nein! Nein, das ist ein Eigentor! Yeah! Tor! Tor! Vergisse mal diese Fußballnormen! Sei bitte vorsichtig mit sich! Oh, oh, Mama! Pizza! Oh, Mama mia! Was hast du nur getan? Ich bin unertrösterlich! Ich mache alles wieder sauber! Du holst die Peperoni-Pizza schnell aus dem Ofen und gehst zu Ben. An den Kai! Schon erledigt, Bella! Das ist unfair! Ich verpasse das Spiel und alles nur wegen dieser blöden Pizza hier! Wuhu! Wuhu! Na, seht ihr? So sieht Angriff aus! Und so sieht Verteidigung aus! Tja, damit sind wir anscheinend raus. Wir können genauso gut nach Hause gehen. Und so macht man einen Vollrückzieher! Oh! Oh, Mensch, tut das weh! Hm, diese Pizza riecht aber ziemlich rauchig! Ein bisschen, als würde sie brennen! Oh, nein! Feuer! Feuer! Ah! Oh! 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 Eine Wiese brennt im Pontipendi-Park. Los! Penny, wir bekehren uns! Wir bekämpfen das Feuer von hier unten! Elvis und Ellie! Ihr evakuiert alle aus dem Pizzastand! Luftvorrat 100 Prozent! Zum Glück ist ja nichts passiert! Wenn es anhängend zu einem Feuer kommt, dann sucht euch unbedingt einen Weg unterhalb der Flammen! Denn Feuer und Qualm ziehen immer den Hang rauf! Und das sehr schnell! Die Sicht ist noch viel schlechter, als ich befürchtet habe! Und dazu eine starke Strömung! Autorengeräusche! Ich bin hier! Hallo! Ich bin hier! Hört ihr mich nicht? Ich sehe hier keine Spur von Tom auf dem Radarschirm! Toms Boot ist sicher zu klein für das Radar! Dann also immer Augen und Ohren offen halten! Hoffentlich finden wir ihn! Anscheinend hören sie mich nicht! Oh! 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 Hey! Ich bin doch hier! Hey! Da hört mich denn keiner! Hey! Oh! 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 Was würde ich nur drum geben? Hätte ich jetzt den Hubschrauber? Der Wind kommt aus Nordwest! Die Tide kentert in etwa drei Stunden! Und es gibt eine Strömung, die hier lang geht! Hier! Da sollten wir Tom finden! Und Sam sucht in dieser Gegend hier! Das ist völlig falsch! Völlig falsch? Sam! Sam! Bitte melden! Charlie? Was ist denn? Ihr müsst euren Kurs ändern! Tom sollte sich westlich des Pontypandy Islands befinden! Und auch erheblich weiter vom Strand weg! Bist du absolut sicher, Charlie? Ich fische hier schon seit Jahren, Sam! Und ich bin so sicher, wie man als Fischer von Pontypandy nur sein kann! Penny? Ben? Ihr hört, was Charlie sagt! Wir ändern den Kurs! Verstanden, Sam! Haltet euch gut fest! Werden wir Tom wirklich da finden, wo du sagst? Das hoffe ich sehr, Sarah! Und wie ich das hoffe! Ich glaube, sehr viel länger halte ich das hier nicht mehr durch! Ein Geräusch! Da ist... Ist ein Boot! Hey! Hey! Ja! Ihr seid die Größten! Ihr habt mich gefunden! Bitte schön, Tom! Vielen Dank, Leute! Ich dachte schon, dass ich zurückschwimmen muss! Das hast du Charlie zu verdanken! Er hat uns gesagt, wo wir dich suchen müssen! Ahoi, Leute! Danke, Charlie! Wärst du nicht gewesen, würde ich da noch wie ein Schluck Wasser rumhängen! Du hast es echt drauf! Ich schätze, der ist dann heute doch noch irgendwas geglückt! Unser Vater ist der Größte! Er ist der Coolste der in aller Zeiten! Alle, die das auch finden, stoßen ins Horn! Hurra! 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 Großartig! Kommt jetzt alle her, Leute! Stellt euch dicht neben mich! Ach, ich verstehe nur nicht, was Sam vorhin wollte! Wir sind leicht zu knipsen! Lächeln! Wir rufen lieber Feuerwehrmann Sam! Keine Chance! Das Funkgerät liegt im Zelt! Ich werde in die Rettungsstation laufen und von da rufe ich Sam! Gut, Trevor und ich werden alle in Sicherheit bringen! Kommt, Kinder! Oh! Na, ich hoffe, das Feuer breitet sich nicht in den Wald aus! Rauchmelder getestet, Onkel Sam! Die Batterien sind noch gut! Großartig, James! Alles geprüft im Feuerwehrmann Sam Haustest! Juhu! Toi! So! Und jetzt endlich fertig machen! Da sind wir wieder! Da sind wir wieder! Okay, Sam! Ich hab da was entdeckt! Aber es ist nicht im Haus! Was? Was ist es denn, James? Da hat der Berg Prentiss! Da sind doch die Pfadfinder! Ich muss sofort die Wache anrufen! Ein Flächenbrand in den Pontipendi-Bergen! Ein Flächenbrand in den Pontipendi-Bergen! Ein Flächenbrand in den Pontipendi-Bergen! Wir fahren mit Venus! Wir fahren mit Venus! Wir fahren mit Venus! Wir fahren mit Venus! Ja, ich bin noch im Tod. Wir fahren mit Venus! Wir fahren mit Venus! Wir fahren mit Venus! Die Wasserkanone, Penny. Nur so löschen wir das Feuer. In Position. Das Feuer ist geschwächt, Penny. Aber Verstärkung wäre trotzdem gut. Keine Panik, Sam. Ich bin gleich da. Das wäre wohl erledigt. Kein Leuchtsignal wurde abgefeuert vom Pontipendi-Island. Penny, du machst Neptun-Start klar. Elvis ist auch schon unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020. Ich bin etwa die Karte. Da war es so schwierig. Das war es so schwierig. Wir brauchen die Untertitelung des ZDF, 2020. Wir brauchen die Karte. Wir brauchen die Karte. Das war es so wichtig. Wir brauchen die Karte. Das ist ein paar Jahre. Wir brauchen die Karte. Ihr zwei übernehmt die Insel. Ich suche das Wasser ringsherum ab. Hanna! Ben! Wir sind inzwischen ganz schön weit abgetrieben. Ja, das ist diese starke Strömung. Oh nein, die suchen uns auf der Insel. Aber wir sind doch hier draußen. Siehst du sie? Leider nicht, Penny. Sam, auf der Insel sind sie nicht. Sie können nicht weit weg sein. Bleibt ihr in der Gegend. Ich suche nördlich. Hey! Wir sind hier! Meinst du, wir werden hier vielleicht nie wieder wegkommen? Ach Quatsch. Nicht, wenn Sam und die anderen am Start sind. Die werden uns schon finden. Siehst du? Da sind Ben und Hanna. Ihr könnt herkommen. Wir sind unterwegs. Es war meine Schuld, Sam. Ich hätte umkehren sollen, bevor der Schmerz zu stark wurde. Ach, jeder hat sich schon mal verschätzt und ist dann übertrieben, Ben. Zum Glück war Hanna da. Alles okay, Hanna? Na ja, das war erst die halbe Strecke. Na mach schon. Bring es zu Ende. Im Dunkeln und allein? Vielleicht mit einem Unterstützer-Team. Na los, Hanna! Paddel schnell wie der Wind! Ja! Juhu! Wow! Hallo! Hallo! Ja! Super, Hanna! Ich hab's geschafft! Ja! Natürlich hast du das, Hanna. Und das wussten wir von Anfang an. Ja. Und einen großen Applaus bitte für unseren neuen Pontypandy-Kajakrennen-Champion, Hanna! Hurra! Hi, Hanna! Du bist die größte, Hanna! Wir haben schon überall nach dem Fuchs gesucht, Hanna. Ich sollte jetzt wirklich zurückfahren. Nein! Bitte nicht, Trevor! Wenn wir ihn nicht finden, wird meine Mom richtig wütend. Und wenn sie jetzt zurückfahren, kommen wir hier nie mehr weg. Und obendrein werden sie ein echter Held für uns, wenn sie uns weiterhelfen würden, Trevor. Hast du was in den Augen, Norman? Äh, Unsinn! Ich, äh, äh... Dort! Sieh mal da! Da ist irgendwas Rotes und es bewegt sich. Das ist der Fuchs! Ich hol ihn da runter! Nicht, Norman! Der Baum ist viel zu hoch für dich. Lass mich da hochklettern, denn schließlich bin ich der oberste Pfadfinder. Allerdings wünschte ich, ich hätte vorhin nicht den Schweinebraten gegessen. Klettern Sie weiter, Trevor! Gut, und jetzt etwas nach links. Ausgezeichnet! Sie haben ihn! Das ist kein Fuchs! Ist es nicht? Es ist ein Drachen! Ah! Sind Sie verletzt, Trevor? Ich glaube nicht. Vorsicht! Ah! Oh! Wir rufen lieber Feuerwehrmann Sam! Ich bin jetzt ganz sicher, dass Schnuffi 100%ig topfit und gesund ist. Hurra! Ich wundere mich trotzdem etwas, Lizzie. Wieso ist er in letzter Zeit in so schlechter Form gewesen? Ich habe leider keine Ahnung. Ganz klassisch, Schnuffi. Du hast dir dein Schokoladenleckerli verdient. Nicht Elvis! Schokolade macht Hunde richtig krank. Hast du ihm vielleicht schon mehr Schokoläckerli gegeben? Wer? Äh, nein. Ja. Ein paar vielleicht. Geheimnis gelüftet. Trevor Evans hängt kopfüber von den Klippenfelsen. Trevor Evans hängt kopfüber von den Klippenfelsen. Penny, wir zwei fahren mit Venus. Elvis, verständige Tom mit dem Hubschrauber. Verstanden, Sam? Verstanden, Sam? Los! Hilf Ihnen, Schnuffi! Ich bin so stolz auf dich! Halten Sie durch, Trevor! Da kommt Feuerwehrmann Sam! Ich sehe ihn, Schnuffi. Da ist er endlich! Ich hab dich!